Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ja, noch immer im Level Die Verlassenen. Mittlerweile, ich glaube, das fünfte oder sechste Video in diesem Level. Es ist auf jeden Fall das längste bis jetzt, wie in der letzten Folge schon erwähnt, aber auch das bei weitem interessanteste. Und hier vor uns ist gerade, ja, Gollum entlang gehuscht. Eines dieser komischen Viecher, die wir schon ein paar Mal nur ganz kurz schemenhaft gesehen haben. Und ich befürchte aber, dass wir hier noch richtig darauf treffen werden. Und ja, gut, man kann nur hoffen, dass diese Begegnung glimpflich ausgeht. Sonst wäre das doof. Wir sind nämlich eindeutig zu jung zum Sterben, bin ich der Meinung. So, wo ist das Viech? Wie ist das Viech hier eigentlich weggekommen? Da ist es übrigens. Ich meine ja bloß. Oh, die sehe ich ja gar nicht. Warum sehe ich die nicht? Machen wir auf. Okay, Licht scheinen sie nicht zu mögen. Das heißt, ich werde mich im Licht aufhalten. Macht auf jeden Fall Sinn. Und wo ist das Viech jetzt eigentlich schon wieder hin? Oh, oh. We have a new focus point. Warum habe ich solche Dinge vorher noch nie gesehen? Habe ich einfach nur nie aufgepasst? Oder dass es bis jetzt noch keine gab? Kann ich mir nicht vorstellen. Ability to knock out an opponent with a single blow. With focus vision activated. Target the opponent's head and press right button. Okay. Speed. Marksman, Brönig, Stealth. Ability to stay concealed while using focus. For short duration, keep the benefit of being in shadow when entering light. Was nehmen wir denn? Handprints reveal hidden paths. Klingt auch nicht schlecht. Dexterity. Ability to visualize the inner workings of lock mechanisms. Increases the speed at which locks are picked. Greatly increases the range for visually detecting noises. Ich bin irgendwie dafür. Ich prügel die Leute immer gern nieder. Ich weiß, es ist ein Self-Spiel. Aber trotzdem. Es kann nie schaden. Es ist immer nützlich, wenn man sowas kann. Äh. Das Licht hier ist wieder aus. Warum war das Licht hier gerade wieder aus? Da liegt noch eine Münze. Das Licht soll anbleiben. For fuck's sake. Haben wir... So, den Brief von gerade lesen wir natürlich im Licht. Documents, Chapter 5. Wow. 38 von 42. Haben wir fast alles gefunden schon. Ähm. So. Und wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ernsthaft. Scheiße. Äh. Ich weiß nicht. Leider nicht mehr, was das jetzt tatsächlich war. So haben wir hier. Report Aggression. I have noticed that patient number 11 exhibits increased aggression and agitation when patient number 18 is being wheeled past his room. His attempts to touch her never get far, but his struggles are violent enough that today he pulled one of the anchor hooks from the ceiling of his cell. Also, this will require further study. Na, er scheint ja richtig auf sie zu stehen. Ich schau immer gerade noch ein bisschen so vor mich, ob da hinten in dem Gang nicht eh wieder so ein Viech auftaucht. Wobei wir im Licht, wie gesagt, sicher sein sollten. Food Inventory full. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, da oben gibt's nix. So, was haben wir hier sonst noch? Was haben wir da? Oh. Das ist so ein Viech. Das Licht. Hey, hey, hey. Ach, die verschwinden in diesen komischen... Dingern so. Das kannst du laut sagen. Ich bin im Licht, ich sollte sicher sein. Das sind so viele. Oh, oh. Licht ausmachen ist eine schlechte Idee. Oh, oh. Ach, die haben mich jetzt erst bemerkt? Finde ich komisch. Oh. Holy shit. Sag mal. Suchst du Streit? Komm nachher. Hey. Ähm. Das ist echt schlecht. Oh, oh. Das ist schlecht. Hier unten ist kein Licht. Au. Alter. Okay. Im Licht bleiben und vorbeischleichen. Nicht angreifen. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ich hab's kapiert. Aber hey, jetzt können wir das in einem Brief nochmal lesen. Das finde ich super, wenn ich ehrlich bin. Finde ich richtig super. Gut. Hier waren wir gerade schon mal. Machen wir auf. Jetzt Licht an. Der verkriecht sich. So. Toll. Jetzt kriegen wir den Punkt wieder. Geben den wieder für Combat aus. Auch wenn's mir gerade nichts gebracht hat, ehrlich gesagt. Ich hab bloß eine Ficht mal kurz geschlagen. Richtig beeindruckt war's davon, aber nicht. Wenn ich so nochmal drüber nachdenke. Aber gut. Da ist ja so ein Mistvieh. So, was haben wir hier? Prison Rules. Jetzt. Do not approach patients. Do not speak to patients. Disregard all claims of sanity. Patients are restrained for their own protection. Okay. For their own protection. Das war ein ganzer Satz. Was Aaron wirklich gehalten hat hier? Wir sollten alle die Zinsen checken. Cool. Go the fuck away. Das Licht, du kannst dir nicht her. You shall not pass. I'm an idiot. Ja, da sind wir wieder. Ich meine, es kann ja keiner ahnen, dass die Viecher tatsächlich in Kauf nehmen, sich zu verletzen oder komplett zu verbrennen, nur um uns eins auszuwischen. Ich habe meine Mehrheit von Prisons in der Stadt gesehen. Nichts wie das. Ich meine ernsthaft. Wer soll denn das ahnen? Ich nehme jetzt den direkten Weg. Aber ich muss da runter an denen vorbei. Wie mache ich das? Ha, das Lichtschalter. He, 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 he. So. Gott sprach. Es wäre Licht. Interessiert die gar nicht. Kein Stück. Ach ja. Solange es hell war, war es wurscht. Hier, klein Krippel. Kaum war ich im Dunkeln, haben sie mich verfolgt. Gott dammit. So, na dann mal durch da. Ich hätte auch einfach dran vorbeirenen können, weil ins Licht können sie mir sowieso nicht folgen. Das wäre natürlich die Lösung gewesen. Aber gut. Aber gut. Ich habe jetzt bestimmt die Hälfte an irgendwelchen Collectibles verpasst. Ah, die Viecher fand ich krass. Oh, oh. Holy shit, Alter. Hier sind ja nur so Viecher drin. Komm, mach die Tür auf. Oh, oh, oh. Holy shit. Alter. Was hat sich zu diesem Ort, Aaron? Was hat sich zu diesem Ort, Aaron? Ich will es auch wissen. Und wie ich das wissen will. Oh, oh, shit. Oh, oh. The poppies arrive on silver trays and I'm falling into darkness. Why am I alone? What? Oh, holy shit. Every time I breathe it hurts. You are not alone. I want to stop the voices. I'm with you. Always. Always ultra. Something's wrong with the prisoners. Garrett, where are you? I'm on my way. You were the one I thought I could trust. What's happening? What's happening? What's happening? Alter. Wir haben auch kein Gesicht. Hey, that's me. Oder? Das bin doch ich. Äh. Okay, da geht's jetzt aber nicht mehr weiter. Dann gehen wir da wieder raus. Nein, Wänden sind überall immer noch diese Schatten von denen. Wo kommst du denn her? Er war doch gerade noch nicht da, oder? Ähm. Wo? Wo geht's weiter? Wo sehe ich das nächste Blümchen stehen? Sag mal, was ist jetzt mit dir? Okay, komm, geh weiter. Äh. I don't get it. Da hinten? Vielleicht? Nee. Nee, nee. Es muss hier unten irgendwo sein. Es muss hier irgendwo sein. Loch da drin? Aber ich hab nichts mehr gefunden, wo ich hätt weitergehen können. Oder wo ich noch irgendwas hätte machen können. Hä? Ah. Oh. Picklock. Warum ist mein Auge ein Loch, äh, ein, ein, ein Loch, ein, ein Schloss? Mal aufmachen. Jetzt bin ich hier. Hier war ich doch schon mal. Aaron? Oh, oh. 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 Please be quiet. Quickly! Keep her away from the fighting! She's too important to die this rock! Of course he hates me. I wonder if they understand the pain. She is our future! Why can't we go to the bastards stormy away? Are you with me, Garrett? Someone's gonna die. Maybe I am going crazy. Only one way to find out. The Baron. Back to Northcrest Manor. Back to where it all began. Okay. Ähm. Alter. Man sieht hier fast nix. Oh. Das war's. Kompetit. Opportunist. You preferred using the environment to your advantage. Advantage. Over all other means. Puh. Also definitiv das coolste Level bisher. Also hat mir riesig gefallen. Muss ich wirklich sagen. Tegna Damage failed. Lift or loot Items. 71 Prozent. Ich war am Anfang wirklich gründlich. Aber da unten bei diesen Kreaturen wollte ich dann doch nicht weiter rumkrauchen. Ich bin oft genug gestorben. Ich glaub fünf, sechs Mal. Ich bin jetzt einfach mal so ehrlich. Äh. Ja. Die meisten Tote habt ihr einfach nicht gesehen. So. Loot found. 77 von 106. Total stolen in Gold. Na ja, gar nicht mal so wenig. Ja, schaut doch gut aus. Na dann. Continue. Collection display up. Dated the following night. The Baron has errand and I need to break into Northcrest Manor before the mob does. It's time I got some answers. New Objective Get the Northcrest Manor in Alldale. Ja, und genau das werden wir in der nächsten Folge tun. Beziehungsweise werden wir zuerst zum Triple Beric schauen. Etwas unsere Supplies aufstocken, etc. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.